Die besten Dorfgasthäuser im Odenwald 2022 und ihre Gastgeberinnen und Gastgeber sind als besondere Orte der Begegnung durch eine Fachjury gekürt worden. Mit dieser Auszeichnung rückt der Wettbewerb, der von der hessischen Staatskanzlei und dem Hotel- und Gastronomieverband die HOGA Hessen initiiert und getragen wurde, den besonderen gesellschaftlichen Wert der Gasthäuser im ländlichen Raum in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das Dorfgasthaus steht sinnbildlich für soziales Miteinander, für Geselligkeit, Vereinsleben und die Lebendigkeit der örtlichen Gemeinschaft. Dabei gilt das Dorfgasthaus als der Ort, der Dörfer, Städtchen und Gemeinden zusammenhält und zu einem Stück lebenswerter Heimat für alle Einheimische und Gäste macht. Deshalb liegt der Schwerpunkt der besten Dorfgasthäuser in Hessen neben allen Besonderheiten, die gute Gastronomie ausmachen, in ihrer wichtigen sozialen Funktion.